Hallo und herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Ark Survival Evolved. Ach ja, herrlich, ich liebe es. Wir wollen jetzt mal ein bisschen bauen, bzw. ich will ein bisschen bauen und ihr müsst mitmachen. Also, ne, hilft ja nichts. Wie mache ich diesen furchtbaren Anblick wieder weg? So, ja, hier soll der Balkon erweitert werden. Dazu waren wir letztes Mal unterwegs, haben ordentlich Holz geholt und ich habe mal wieder die Tür aufgelassen. Das sind Zustände hier. Zustände sind das. Ich sehe gerade, ich sollte auch mal wieder was wissen. Hier müsste eigentlich noch was drin sein, hoffe ich mal. Ja, das ist ja super. Ist das ja, ist ja Wahnsinn, ist das. Hauen wir uns die rein. Das gibt wieder Sprühschiss, sage ich euch. Oh Mann, eine ganze Zeit von Bären ernähren. So, wo sind die Ceilings? Selbstverständlich im anderen, das ist doch ganz klar. Da. So, und dann ziehen wir uns die da unten hin. Mal gucken. Also, man kann ja zwei aneinander flanschen. Also, beziehungsweise zwei Ceilings können an eine Foundation dran. Also, eine 2er Entfernung. Ohne, dass das ganze Ding umkippt, sozusagen. Und, ähm... Insofern hoffe ich einfach mal... Nein! Was? Ich habe gepfiffen. Ich... Will nicht. Das war auf dieser kleinen, größeren Taste. Komisch. Ich wusste gar nicht, dass er nochmal pfeifen ist. Äh, überall pfeift man hier. So, das hätten wir... Jetzt falle ich hier gleich wieder runter. Jede Wette. Äh, and then. Was? Das geht nicht. Okay. Warum geht es da nicht? Warum? Da will ich aber. Ich will! Ich will, ich will, ich will. Ich will. Warum? Nearby Foundation... Ach, requires Nearby Foundation Support. Äh, ja. Okay. Diagonal zählt also nicht. Okay. Okay, ähm... Jetzt wird es auch noch dunkel gleich. Na ja, gut. Ich habe ja Fackeln, also... Sollte das funktionieren. Ja, super. Dann... Muss ich da eine Foundation bauen. Oder... Oder... Hiervon eins zu einer Foundation machen. Wenn das ginge, ich glaube aber nicht. Oder so einen komischen Pillar da drunter setzen. So ein Pinökel. Wie viel... Wie viele Punkte haben wir noch? 11 nur. Was ich noch schauen wollte. Letztes Mal habe ich den... Die Forge gelernt. Was braucht man dafür? 125 Stein, Flint, Heid. Ach du Kacke. Wood, Fiber. Also eigentlich alles. Eigentlich alles. Elix, Blechle. Heid, das ist ja super. Ähm... Dann... Komm du mal mit. Was haben wir bei ihm? Er kann auch 150 Kilo tragen. Komm. Das reicht immer aus. Muss ich jetzt nicht die... Bäh... Muss ich jetzt nicht die... Gut, dass das zu ging. Die Schildkröte ist wieder bemühen. Ja, jetzt hacken wir auch noch im Dunkeln Holz. Und wir brauchen auch noch diese Wood Rams. Ich glaube, das wird gerade verdammt dunkel. Meine Herren. Ähm... Wood Rams. Da. Auch 60. Alter. Vater. Warum tut ihr mir das an? Nebel und Dunkel. That's what I love. Ich hoffe, ihr seht ein bisschen was. Aber so allzu lang dürfte das auch nicht mehr dauern. Dann seht auch ihr nichts mehr. Ich hab das Spiel eigentlich schon deutlich heller gedreht. Als das so standardmäßig wäre. Aber ich fürchte. Das Dumme ist, ich kann leider beim... Holz hacken. Doch ich könnte mir... Ich könnte Standing Torches aufstellen. Aber das ist dann auch ein bisschen unpraktisch. Weil wir ja immer nur so einen kleinen Radius haben. Und leider nicht wieder aufgesammelt werden können. Also sind dann halt kaputt. Hm, wie machen wir das denn? Ich hoffe, es ist halbwegs erträglich, dass es doch ein bisschen dunkler ist. Der Mond scheint ja hell. Hallo. Ihn stelle ich mal auf Follow. Sonst verliere ich ihn noch hier im Nebel. Mensch, ist das... Das ist aber auch... Alter Finne. Dass das so dunkel wird. Aber wir hatten lange keine Nachtfolge mehr. Normalerweise warte ich gerne mal ab, ähm... Bis die Nacht vorbei ist. Ich sehe nichts. Ah, Bäume. Ah, ähm... Dass die jetzt so plötzlich kommt... Ich hätte auf die Uhr schauen sollen, bevor ich die Aufnahme gestartet habe. Dass die jetzt so plötzlich kommt, habe ich schlicht in Erklärung nicht erwartet. Na ja. So viel Holz brauchen wir ja nicht. Ähm... Bei den Rampen will ich vielleicht mal 2, 3 bauen. Das heißt, dann bräuchte man da 180 Holz. Und... Äh... Äh... Ja, für eine Foundation. Was brauchen wir für eine Foundation? Ich glaube, da waren es auch... Da waren es auch 60, kann das sein? Oder waren das 40? Gerade mal schauen. Ausbau. Ähm... Wutten Ramp. Bauen wir erst mal 2 von wegen. Ähm... Ceiling Foundation. 80. Ist klar. Wo sind wir Kleine? Nicht, dass ich ihn haue. Eieiei. Dann haben wir doch noch was für uns. Na gut, wir brauchen nur eine Foundation. Sollte also machbar sein. Craftables. Hausbau. Wir machen das mal wieder folgendermaßen. Wie letztes Mal auch. Ziehen wir die Wooden Ramp darunter. Und die Wooden Foundation ziehen wir darunter. Und dann können wir das entsprechend machen. Mit der Nummer 7 bauen wir uns jetzt erstmal das Ding. So lange können wir nur schleichen. So, und weiter geht's. Eine Rampe habe ich. Dann brauchen wir noch 2. Oder... Na, machen wir mal 4 Rampen. Ich weiß nicht, ob ich 2 übereinander setzen muss. Beispielsweise, um da rauf zu kommen. Das war ja doch eine relativ ordentliche Höhe. Nicht, dass die Rampe dann da in der Duft schwebt. Dann sind wir auch nicht wirklich weiter als vorher. Und kommen immer noch nicht auf unseren Balkon. Außer durch die Haustür. Ja, das, äh... Ne? Ja, super! Haha, toll! Jetzt noch ein bisschen Regen. Was? Hab ich dich... Hat der... Ich glaub, der hat seine Nase zu weit nach vorne geragt. Tut hier zum Glück nicht so, geh, so eine Axt. Ich glaub, ich hab dem echt eine drüber gebraten, gell? Naja, man sieht's jetzt nicht. Aber irgendwie eigenartig. Gleich ist es ihm auch einfach so kalt. So, dann... Essen müssen wir auch wieder... Geht ganz schön runter, wenn man hier ewig am Hacken ist. Gar nicht so... Gar nicht so ohne. So, Foundation haben wir jetzt bereits. Die 8 sind die Rams. Äh, auch wieder nur eine möglich gewesen. So, mal schauen, wann sie wieder aufblinkt. Nicht, dass ich irgendwas anderes bräuchte als... Ne, okay. Fiber haben wir noch ein bisschen. Ich brauch in der Tat nur Wut. Na gut, komm. Dann machen wir hier noch ein bisschen... Rodung... Äh... Huch, Wunder. Hilft ja alles nix. Ohne Fleiß, kein Preis. Ja, so ein paar neue Games... Äh, kommen die Tage... Oder sind vielleicht sogar schon gestartet, während ihr das hier seht. Das weiß ich gerade noch gar nicht. Es wird weitergehen. Ich kann's ja mal verraten. Jetzt hab ich ja die ganze Zeit so eine Geheimniskrämerei draus gemacht. Ich habe, ähm, vor, wieder mit Path of Exile eine Runde weiterzumachen. Dort kommt ein Riesen-Update. Hier hoffentlich auch bald, dass die fliegenden Pflanzen verschwinden. Äh, dort kommt ein Riesen-Update. Ein Add-on quasi. Update wird dem Ganzen nicht gerecht. Und, ähm, die Entwickler nennen es Path of Exile 2.0. Und man muss, man muss zugeben, ich glaube nicht, dass die da übertreiben. Das ist in der Tat ein ziemlicher Fortschritt im Vergleich zu der letzten Version, die wir noch kennen vielleicht allesamt. Und, ähm, da werde ich mich wieder reinstürzen. Und mit ein bisschen Glück sind wir dann wenigstens zu dritt, vielleicht sogar zu viert unterwegs. Und damit hoffe ich einfach mal, äh, haben wir dann auch darüber nochmal einen ganz neuen Anreiz. Auch in dieses schon etwas ältere Game und nochmal reinzuschauen. Das gab es ja auch bereits, äh, vor einiger Zeit schon auf meinem Kanal. Aber ich, ich, ich liebe es nach wie vor, muss ich sagen. Also es hat einfach irrsinnig Spaß gemacht. Und ich kann euch nur ans Herz legen, da auch mal reinzuschauen. Wenn ihr denn, spätestens wenn ihr denn sowas wie, äh, Diablo oder, Moment, kurz sortieren. Wenn ihr sowas wie Diablo oder Titan Quest oder, ach wie sie alle heißen, diese Action-RPGs, äh, Hack'n'Slay. Wenn ihr das mögt, dann einfach mal einen Blick reinwerfen, lohnt sich. Und, äh, ich werde ein neues, schauen wir mal, denke ich, starten. Äh, das geht in dieselbe Richtung, lustigerweise. Ist auch ein Action-RPG mit Hack'n'Slay-Verfahren sozusagen. Und vor allen Dingen einer echt ordentlichen Portion Humor. Nennt sich Kyn oder Kin, also K-Y-N. Das werde ich anzocken und euch mal vorstellen. Ich habe mir das mal angesehen und bin doch sehr positiv überrascht davon. Ja, das sind so die zwei Projekte, die neu starten werden. Eventuell zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Video rauskommt, läuft auch schon ein anderes angezockt. Oder schauen wir mal, äh, zu Cabal 2. Da werde ich auch mal einen Blick reinwerfen. Und ob ich das jetzt längerfristig zocken werde, weiß ich nicht. Ich habe mit Echo of Soul ja bereits ein sehr ähnliches Spiel am Laufen. Echo macht mir sehr viel Spaß. Und zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video hier gedreht wird, habe ich Cabal 2 noch nicht angesehen. Und daher weiß ich jetzt nicht, ob mir das jetzt so viel Spaß macht, dass ich sage, ich mache beide Projekte. Weil Echo of Soul lasse ich auf keinen Fall sausen. Das steht fest. Aber eventuell mache ich tatsächlich beide Projekte, da muss ich aber noch überlegen. Ja, das ist so das, was in den nächsten Tagen neu kommt. Jetzt haben wir auf jeden Fall genug Rampen. Ich mache noch ein paar. Dann können wir da fast alles zu rampen, rampenieren sozusagen. So, auf geht's. Und dann können wir beim Reiten wenigstens Licht machen. Ich habe überhaupt keine Richtung gerade danach. Hm, Moment. Ich muss dringend. Ah ja. Sieh eine an. Wenn ich die mit dem Dino auseinandernehme, dann bekomme ich auch Fleisch und Haut geliefert. Sehr schön. Ich muss dringend üben, mit den Dinos zu kämpfen. Also mit der Steuerung gar nicht so einfach. Und wir machen mal einen Sprint. Mal schauen, wie lange er hält. Okay. Durchaus lange. Da oben rechts sehen wir die Dino-Anzeige. Jetzt sind wir im letzten Drittel der Energie angekommen. Aber das ist doch gut gewesen. Durchaus flott wieder auch jetzt hier aufgeladen. Schick. Fällt mir sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Following machen wir wieder aus. Aus. Fackel hingegen. An. Und. Gut, dann sollte ich dringend. Leider scheinen in der Zwischenzeit, aber das ist auch logisch, wo ich weg war, die Eier verdorben zu sein. Und die Dodos irgendwie. Vielleicht mal schauen, ob der. Ich meine. Das war ja auch so schön. Ein Patchnote. Buch. Ein Patchnote hieß. Male Dodos legen ab sofort, also männliche Dodos legen ab sofort keine Eier mehr. Es ist ein harter Einschnitt, aber es musste einfach passieren. Wirklich schade, weil der gute Kowalski, ne der gute Skipper war es, der gute Skipper, der hat immer fleißig Eier gelegt. Fand ich sehr lustig. Na ja. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob ich da tatsächlich die Foundation platzieren kann. Das wäre enorm hilfreich. Ansonsten muss ich das eine Ding abreißen. Ja. Du Noob. Was man ja dem Kopf hat, hat man eine Fies. Heißt so schön. Nicht ohne Grund. Und ein Ramp. Und ein Ramp. Und ein Ramp. Mann. Es sind ganz schön Lags unterwegs gerade. Ich hoffe, der Server bleibt am Leben. Nicht, dass der jetzt gleich runterfährt für ein Update, weil es sind heute wieder einige Updates angekündigt. Das eine war, was ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, dass Glesiosaurier und Ichthiosaurier reingepatcht wurden bereits. Das war aber, glaube ich, schon passiert. Da weiß ich aber nicht, ob der Server die Version hat. Wo ist denn die Foundation? Bin ich jetzt blöd? Ich habe doch eine Foundation vorhin gebaut, oder war das ausgesehenes Ceiling geworden? So, jetzt aber bitte. Dann schauen wir uns mal um. Ansonsten muss ich echt diese Pillars leeren, da so ein Ding drunter setzen, dann glaube ich, kann man wieder ein Ceiling draufhauen. Foundation, da sind wir endlich. Die Nummer 8. Ja, das ist doof. Zugegeben, das ist dümmlich und doof. Gut, also sprich, da muss ich mir was einfallen lassen. Dann schauen wir jetzt, hoffentlich klappt das wenigstens mit den Rampen. Ihr wollt mich doch alle. Dann machen wir das jetzt so. Weil die brauchen auch einen Foundation Support. Das ist aber so doof. Will ich nicht. Wie wollt ihr hier vorne haben? Ach, verdammt. Die brauchen auch einen Foundation Support. Naja, aber das ist doch auch okay, oder? Also ich wollte jetzt eigentlich hier so ringsherum Rampe machen, aber eigentlich ist es auch okay. Dann machen wir. Ich lerne jetzt noch diese blöden Pillars. Was soll's denn? Mensch, ausprobieren halt. Vielleicht ist es Verschwendung von Punkten. Aber was soll's denn? Ich lerne die jetzt noch. Äh, wo sind sie denn? Die Pinökel. Ähm, da. Structural Integrity. Okay, komm. So. Bin mal gespannt. Pillar. Brauch 40 Holz. Krieg noch was auf Lage. Ein bisschen Glück. Ein ganz bisschen Glück. Habe ich hier noch. Neun Holz. Das Leben kann grausam sein. Mal schauen. Vielleicht hat irgendeiner noch von denen hier was. Der Doktor Rufus zum Beispiel. Du hast jetzt noch Holz. Was ist denn Holz? Oh, was ist denn geil? Du hast noch Holz. Du hast noch Holz. Oh Mann. Ich kann's bald nicht mehr. Ja. Was haben wir heute so gemacht? Holz gehackt. Schön. Mach ob. Ich hab immer noch ganz schöne Legs, muss ich da feststellen. Immer noch ganz schöne Legs, die da unterwegs sind. Masterplan. Fio. Okay. Hier sind scheinbar gerade die Kollegen unterwegs. Der mir jetzt das Holz wegfällt. Gold. So. Ne? Wir sehen's ja unten, sobald der gute Pillar, obwohl ich brauch... Das heb ich alles nicht. Ich brauch ja wieder zwei, drei davon. Eher drei als zwei. Okay. Einen können wir herstellen. Immerhin, es sind nur 40 Holz. Also das geht wirklich relativ schnell. Von diesen großen Palmen, äh, zwei Stück, glaube ich. Die dürften hier so 20 Holz bringen. Und diesen großen Palmen in zwei Stück gehauen, dann hat man schon wieder einen Pillar fertig. Ja, nicht ganz. Uh, die sind schlechter geworden. Haben die das gepatcht? Die waren vorher so wahnsinnig ergiebig. Komisch, komisch. Na, ich merk schon, jetzt fehlt mir Fiber. Wie viel Holz haben wir denn? 120 Kilo, viel mehr kann ich nicht tragen und ich brauche in der Tat Fiber. Also folgendes, da es nur wenig Fiber ist. Da es nur wenig Fiber ist, sammeln wir das mal so. Und dann macht die Axt auch noch einen Abflug. Ich liebe es. Wenn es mal schnell gehen muss, ne? Das ist echt krass. Das ist echt krass, was man hier mittlerweile an Ressourcen braucht, um diese Sachen zu bauen. Ich meine, wenn man mal überlegt, äh, dieser, ähm, na sag schon, dieser Schmelzofen, ne? Das ist, das ist echt nicht übel. Also, okay, den Stein kriegt man noch halbwegs flott beisammen. Ein Hundertel schießt mich tot, dann brauchen wir wieder so viel Haut. Enorm viel, enorm viel Holz auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Also es ist, ist echt heftig. Habe ich noch ein paar Bären zum Essen. Hauen wir uns rein. Viel ist es nicht, aber es reicht. Gut. Dann hätten wir da auch wieder ein paar. Und alles nur, um den Balkon, um sechs Felder zu erweitern und eine Rampe dran zu setzen. I'm shocked. Gut, dann gehen wir mal wieder rein. Die Tür steht offen. Ich war wieder unordentlich. Ich muss mich, äh, ich muss, ich muss mir das unbedingt angewöhnen. Die Tür zu schließen. Will der auch rein? Nö. Tür vor der Nase zu. Das ist Gastfreundschaft. Die wird hier noch klein geschrieben. Das kann ich euch sagen. So. Wooden Pillar. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß diese Dinge sind. Wahrscheinlich habe ich jetzt so ein Stöckchen, was ich da hinstelle. Oder so ungefähr. Okay. Das sieht doch schon ganz nett aus. Und das bauen wir mal da hin. Und einen bauen wir noch da hin. Und es wird sogar symmetrisch. Man glaubt, dass... Nein, es wird nicht symmetrisch. Das wird natürlich nicht symmetrisch. Ich brauche noch einen vierten, damit es symmetrisch ist. Oh, weiß ich. Ich will symmetrisch. Ach, ist da was? Dann bleibt das so. Wir brauchen bestimmt noch mal einen weiteren irgendwann. Vielleicht da vorne. Aber da falle ich runter. Ja. Hier würde ich runterfallen. Wie sieht denn das aus, wenn ich hier jetzt einen... Sieht ein bisschen doof aus, wenn der so schwebt, ne? Aber hier könnten wir einen machen. Dann könnte ich eventuell... Jetzt bin ich mal gespannt. Dann könnte ich ja event... Na super. Das sieht aber schön aus. Oh Mann. Mir ist nichts gegönnt. Mir ist nichts gegönnt. Dann könnte ich eventuell jetzt... Das wollte ich eigentlich gucken. Jawohl. Da könnte ich jetzt tatsächlich noch weiter rausbauen. So könnten wir noch unseren... Äh... Unseren Balkon immer erweitern. Hier jetzt auch. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage... Mache ich die Rampe wieder weg? Und hier Balkon? Ich finde sie ja mittlerweile... Ich muss ja zugeben finden... Mittlerweile finde ich die Rampe eigentlich ganz praktisch. Ich denke, ich würde fast... Ich würde fast sagen, ich lasse das so. Also irgendwie habe ich es lieb gewonnen, dieses Malheur. Dann mache ich lieber hier vorne so eine kleine... Ich meine auch... Man kommt ja rein. Muss ja nicht, aber... Sieht ein bisschen doof aus, oder? Wie sieht es denn aus, wenn wir hier eine Rampe... Äh... Obstructed... Von den Tortschüsse? Komm, die brauchen wir schnell neu zur Not. Da bin ich jetzt mal gucken. Naja... Imonisch... Was? Achso! Da war noch was drin. Nein! So... Und... Na... Immer ein bisschen schwierig rauszufinden... Mann! Immer ein bisschen schwierig rauszufinden... Ob man wirklich das richtige Item ausgewählt hat. So, ich hoffe jetzt, dass... Was denn hier? Musste das Zeug loswerden, um zurückfliegen zu können. Aber ihr könnt es sicher brauchen. Xaver hier. Glaube ich. Denke mal, er... Also, er... Ja, Xaver hier kurz vorbeigeflogen. Clotheshirt... Naja, gut. Ne? Überhaupt nicht aufgefallen. Wer steht denn da? Owner Amazonen. Ja, dann war das wohl Xaver. Das Problem ist... Ich müsste das dann jetzt so zerstören, ne? Kann die Kiste ja schlecht... Äh... Naja, der hat kaputt. Alter, das braucht... Mit dem Speer? Okay. Wir müssen sie... Nüsslich kaputt hacken. Nicht, dass die halt im Weg steht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber interessant, dass er überhaupt hier in unserer Nähe eine Kiste stellen konnte als bremder Stamm. Ich dachte, das wäre... Aber das, glaube ich, gilt nur für Structures. Also für... Gebäude. Also Foundations letzten Endes. Wir denken, dass die Axt vor der Kiste kaputt geht. Uh, es hat geklappt. Aber es gab kein Holz bei der ganzen Sache. Na gut, was soll's. Ähm... Rampe. Jetzt habe ich echt vergessen, was ich machen wollte. So, Rampe. Verdammt. Habe ich alles kaputt gemacht? Das wäre nicht nötig gewesen. Hier geht's? Und da nicht. Ist das wegen der Tür, weil die offen ist? Nö. Warum? Mann. Sowas nervt mich. Merkt man gar nicht. Ja, hier einen Baum reinbauen geht. Das ist Logik. Das ist pure Logik. Geht, geht, geht nicht. Genau da, wo die Tür ist, geht's nicht. Ich könnte die Tür noch versetzen. Kann allerdings, nee, dann müsste der Erik wieder was für mich bauen. Das ist auch doof. Ich kann das Wooden Door Frame nicht bauen. Ja, also hier ist irgendwas im Weg, was er sich da erfindet. Hier wahrscheinlich dieser Hügel. Aber der ist ja eigentlich hier auch. Also, deshalb verstehe ich es nicht. Das ging ganz kurz. Ich hab's gesehen. Geht doch. So. So. Muss zugeben. Ah, doch, jetzt ist es flüssig. Eben hänge ich so an der Tür. Ich geh grad nochmal. Ja, doch. Ist okay. Ist okay. Dann kann man das so lassen. Und hier, wenn man von der Seite kommt, machen wir da noch eine da hin? Oder? Gerade um überlegen, ob das Sinn macht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nee, das lassen wir mal so. Ei, gut. Dann haben wir das auch. Wie schön. Dann kann ich ja jetzt beruhigt irgendwas bauen, was ich nicht bauen wollte. Ich weiß jetzt nicht, warum. Irgendwie baue ich gerade was. Das war jetzt auf dem Kürzel vom Endscreen. Das macht Sinn. Ich hinterfrag das gar nicht. Also, ich wollte eigentlich sagen, dass ich jetzt beruhigt in den Endscreen gehen kann. Jetzt, wo das dann mit den Rampen auch endlich geklappt hat. Und dann ist doch geil so. Es war jetzt viel Holzhackerei. Aber mir gefällt die Bude. Mir gefällt sie jetzt mit den Säulen da noch drunter. Vielleicht baue ich noch zwei. Andererseits geht es auch, denke ich mal. Aber jetzt haben wir die Säulen da drunter. Jetzt haben wir eine Rampe, die auf den Balkon hochführt. Wir haben, ihr könnt überlegen, noch mal die Säulen da hochzubauen. Dann brauchen wir uns noch eine Überdachung über alles drüber, oder? Das ist doch auch ganz cool. Wobei ja vorne ist ja der Baum im Grunde genommen drüber. Dann könnte man vorne in Richtung Meer noch so eine kleine Überdachung machen mit Säulen. Mal schauen. Vielleicht. Wenn ich dazu Lust habe. Oder wenn ihr dazu Lust habt. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wie wir bauen. Oder wollen wir mal ein bisschen erkunden. Ein bisschen die Insel unsicher machen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir dann unsere liebgewonnenen Haustiere eventuell verlieren. Das ist so das, was mich momentan daran hindert. Weil ich glaube, ich würde ganz schön das Kreischen bekommen, wenn mein Raptor vom T-Rex gefressen wird. Da würde ich ganz schön das Kreischen bekommen, fürchte ich. Aber ich sage mal, bei den D-Los verschmerzbar. Die kriegt man schnell wieder. Ein Raptor alleine wieder zu kriegen ist so eine Sache. Da muss man dann schon wieder zusammen losziehen. Das ist in letzter Zeit sehr schwierig mit den ganzen Terminfindungsgeschichten. Aber vielleicht bleibt es auch mal wieder. Wäre auf jeden Fall auch schön, mal wieder mit dem Erik loszuziehen. Aber es sind echt viele Together-Projekte bei mir auf dem Kanal. Und dann sind einfach alle Termine voll. Man ist nur noch am Zocken. Das ist dann halt auch so ein bisschen doof bei dem schönen Wetter da draußen. Also von daher, mal gucken, wie wir mal weitermachen. Ihr könnt gerne mal Vorschläge reinbringen. Wir haben auf jeden Fall noch sehr viel zu entdecken, sehr viel zu bauen, zu leveln vor allen Dingen. Insofern langweilig würde ich uns ganz sicher nicht. Aber was ihr lieber sehen wollt, bauen oder erkunden und damit sterben. Das könnt ihr ja mal schreiben. Ganz sicher kommt das Erkunden im höheren Level. Also wenn wir größere Dinos haben, besser ausgerüstet sind, gleich Schusswaffen haben, und dann die Höhle, die will ich ja unbedingt finden. Da will ich hin. Das ist das eine. Dann diese riesen Piloten, die da überall rumstehen, aus der Nähe betrachten. Das ist das andere und auch überhaupt alles. Ja, die Berge mal erkunden. Rohstoffe sammeln. Ah, viel zu tun. Naja, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall. Däumchen hoch, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut und tschüss. 40-ildiaßen Ratsch ik Vielen Dank.